ja hallo und herzlich willkommen hier ist wieder euer gamer jaco im ls22 und ja wir haben ja das 74 abgeschlossen und jetzt nur jahner 33 das tun wir jetzt hier badern und dann auch pressen die 33 was hat man denn da gemacht gehabt ich glaube das hat man wenden pressen und da haben wir natürlich stehen müssen natürlich auch gleich weitermachen lassen 9 das hat nur glaube ich schon fertig gehabt gleich zu feldnein mal schauen aber erst mal muss ich hier noch die beiden wegnehmen dass die in den enden tut da nicht im weg stehen dann schon aber die beiden müssten mit geht ich glaube ich hat doch gar nichts mehr ja jetzt schauen wir noch mal fällt 9 aber ich glaube das hat mir weg gehabt ja das hatten wir doch jetzt ist mir strecken 9 lagebein bga nord heißt wir müssen leider und silagebein kaufen wird das ich kann da ja jetzt hier machen und selbst schon alles halt haufen geld was jetzt wieder drauf geht haben wir das ja auch was ist dann auch machen dann noch mal schauen so dann werden wir noch machen dass wir die reinkriegen dann können wir den das quer ding weg hat dann kann der da in ruhe dann schwadern weiter dann passt das auch ja da ohne mehr wir müssen auf alle fälle auf geld kommen ja wieder aber das kriegen wir auch hin und die 42 da sind anscheinend glaube ich dir was das letzte mal hier was auch schon was wir was da gefehlt hatte anscheinend das kann natürlich sein ja bild hat auch genau genau warum wir das vollfahren zur gärtnerei geben das ab und dann gleich zum zum händler nimmt die mit und geben die da oben ab und morgen dann bin ich auch wieder hier ja dann auch wieder passen jetzt war muss so machen und ja das ist eine Untertitelung des ZDF, 2020 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 Langsam Produktion anfangen. Dann brauchen wir 150.000 wieder. Aber wir sehen, vielleicht kommen wir uns erstmal als nächstes ein Feld wieder. Irgendwas muss ich mir jetzt einfach lassen. Da wird jetzt ehrlich gesagt irgendwie den Plan komplett verloren, den ich jetzt vorhabe. Wie gesagt, die Dings steht an auf alle Fälle, die, na ich sag schon, die Zellstofffabrik steht auf alle Fälle an und was zu tun gibt es schon. Schau na, wie das hier so aussieht. Überhaupt hier mit den Tieren aus. Die brauchen bald wieder Kratz. Das geht gar nicht, die irgendwie auch gefühlt. Wir müssen glaube ich mal hinkaufen an Getreide, weil ich habe ja noch nichts. So und du fährst jetzt zur Gärtnerei. Ich dachte, du wirst mal was holen, ja. Ich wirst mal ein bisschen Getreide holen. So, dann wollen wir mal gucken, Sony ist verkauft. Da kann man es verkaufen, das bringt mir jetzt gerade nichts. Auf der Kaufpreis. Komm, wir fahren mal jetzt die Bahn auf und gucken mal. Vielleicht gibt es ja da was, wir sehen. So hier fast fertig. Hier wird es auf alle Fälle was geben, denke ich. Wenn wir das hier wieder abschließen. Jetzt doch irgendwie habe ich mich jetzt hier verkalkuliert, muss ich sagen. Aber na ja, passiert halt, ne. Wie war denn das auch mit dem ganzen Zeug aus? Ob ich da rein gehen kann. Ich habe da auf alle Fälle den gestalten. Aber markieren, das muss auf alle Fälle. Dann ähm, Gewicht, äh, Einstellungen. Das wird klar, hat sichtbar aus. Okay. Ah, das wars, okay. Das wars. So, dann werden wir das jetzt mal hier abladen. Warte, ich passe doch. Jetzt mal. Und klar. Ja. So, der ist. Rück. Ja, was hab ich denn? Dann fahren wir mal zu Reifeisen. So, was ist. Wenn nicht, dann müssen wir das nämlich anders machen. Na. Ah. Bis zum Schluss. Du kannst auf herde Futter kaufen. Okay. und jetzt 4.000 so wo ist jetzt mein, ah das ist gut, das passt so die Dechsenzwei, das ist die Lagerbeutig also dann müssen wir den hier heim schicken und die Dings heim schicken, aber das sehen wir dann beim nächsten mal wie es hier weiter geht hoffe ihr habt ein bisschen spaß gehabt und ja dann bis zum nächsten mal, euer Gema Chaco chau 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 chau